Hallo liebe Waage und willkommen zu deiner Tarot-Kartenlegung, deiner Tarot-Botschaft für die zweite Monatshälfte im November, also für den Zeitraum vom 16. bis 30.11.2023. Ich bin Anjela von Sonne-Sandmeer-Taro und wie immer ist das hier eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe. Diese allgemeinen Legungen passen nicht für jeden. Und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest den Lass beiseite. Und ich habe hier den Schmetterling für dich gezogen und der hat die Themen Wandlung, Bewusstsein und Lebensphasen. Ein Schmetterling ist ja etwas, was sich wandelt und eben auch verwandelt. Und für dich symbolisiert er die Kraft der Selbsttransformation und er bringt dir die Chance, eine schwierige Situation in etwas Einfaches umzuwandeln und möglicherweise auch etwas Hässliches in etwas Schönes zu verwandeln. Und seine Botschaft an dich ist, akzeptiere dieses Lebens als Teil deiner persönlichen Transformation, in der du verschiedene Phasen durchläufst. Insofern ist diese Karte hier nämlich auch mit den Mondphasen verbunden. Und diese Phasen, die sind eben manchmal gut und einfach und lichtvoll und manchmal sind sie schwierig. Vielleicht auch eher ein bisschen dunkel und dumm. Und sie gehören aber zu einem Gesamten, wie dein Lebensplan, ja. Das Leben hat immer diese Auf und Abs, genau wie die Mondphasen eben. Ja, der Mond ist ja auch voll und dann wieder ganz leer. Ja, und es kann sein, dass es dir manchmal schwerfällt, bestimmte Phasen in deinem Leben zu akzeptieren. Und dabei hilft dir der Schmetterling, ja, dass du eben alle Lebensphasen, ja, akzeptieren kannst, auch wenn sie vielleicht manchmal kein Genuss sind. Ja, und hier kündigt sich ein neuer romantischer Zyklus an. Es kann also sein, dass gerade einfach auch ein sehr schwieriger Lebenszyklus zu Ende geht, ja. Und der Schmetterling, der ist jetzt das Werkzeug, was dir hilft, dieses schwere, hässliche, negative, dunkle in etwas sehr Licht- und Liebevolles zu transformieren. Wir schauen in die Tarotkarten. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist wieder die Aufgabe oder Herausforderung, die zweite der Rat der geistigen Welt und die dritte ein mögliches Ergebnis, das mit deinem Denken, Fühlen und Handeln zu tun hat. Es geht hier um einen Neuanfang, einen Neubeginn, ja, wo du das Leben vorurteilsfrei, wo du dem Leben vorurteilsfrei begegnen darfst, ja. Und die drei der Stäbe. Und die drei der Stäbe zeigt Visionen, die bis weit in die Zukunft gehen. Und du siehst ja, dass das Land, auf dem wir stehen, ist vom Sonnenlicht erfüllt, ja. Das heißt, es geht jetzt in etwas Neues, in etwas Helles, in etwas Lichtvolles, ja. Was das Potenzial hat, bis weit in die Zukunft zu reichen und was auch die Chance bietet, dich zu verlieben oder dich auch in das Leben zu verlieben, das Leben zu lieben, vielleicht auch das Leben mit seinen Höhen und Tiefen zu lieben. Und ich sehe jetzt hier diesen Wechsel. Und das bestätigt nochmal all das, was ich gerade schon gesagt habe, dass es einfach jetzt aus diesem dunklen Loch wieder hoch geht in eine helle, lichtvolle Zeit und in eine helle, lichtvolle Zukunft. Was die geistige Welt hier aber sagt, ist, dass du dich Kraft deines Verstandes befreien musst. Es ist nichts, was eben einfach mal klack so zu dir kommt. Du musst aktiv selber etwas dazu tun. Und dazu gehört eben auch, dass du mit den Dingen in deinem Leben aufräumst, die nicht stimmen, ja. Ist genauso wie wenn unser Fußboden schmutzig ist, dann müssen wir ihn putzen. Mach das nicht von selber. Und so ist eben auch für dich eine Zeit bricht hier an, wo du in deinem Leben aufräumst, ja. Und das ist wie so eine Transformation, die du durchmachst und die dein Leben wieder ins Gleichgewicht bringt, beziehungsweise die den Impuls setzt, dass du aus dem Loch oder aus dieser Talfahrt wieder nach oben kommst, auf den Gipfel. Und was die Karten sagen, ist, dass es schneller gehen kann, als du denkst. Ja, das kann wirklich schnell gehen. Du musst dich aber auch frei machen in deinem Kopf, ja. Also, du musst dich befreien. Das ist so etwas, was ich hier ganz zentral sehe in diesen beiden Karten, ja. Und es kann sein, dass dein Denken dich unfrei macht, dass du denkst, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du bist zu schwach. Das Leben ist gegen dich gerichtet. Das Leben zieht dich immer wieder runter, ja. Das sind also diese Gedankendinge, die in unserem Kopf sein können und die uns dann immer nicht weiterkommen lassen, ja. Und von dem her, befreie dich, befreie deinen Blick, befreie dein Denken, ja. Und das hier ist wie so ein Schmetterling, der noch in seinem Kokon ist, ja. Und dann eben schlüpfen darf, ja. Und wenn du dich aus deinem Kokon befreist und anfängst zu schlüpfen, dann kannst du auch fliegen und dann entwickeln sich die Dinge schnell und positiv für dich. Und auch für dich kommt hier noch ein Edelstein, Clear the Clutter. Ja, das ist eben genau das, was ich gerade schon gesagt habe, ja. Das ist so, was ist Clutter? Clutter gibt es auf verschiedenen Ebenen. Das ist natürlich einerseits unsere Wohnung, unser Haus, ja, dass wir da natürlich nicht messihaft mit einer Menge Unrat leben wollen. Vielleicht will das auch der eine oder andere, aber unserer Energie ist es nicht zuträglich, ja. Also ich lebe in kreativem Chaos, weil ich eben viele Sachen mache. Hier liegen immer viele Kartendecks auf meinem Schreibtisch rum. Das ist manchmal auch chaotisch, aber es ist nicht dreckig und das ist auch nicht unordentlich, ja. Und von dem her ist es eben ganz wichtig, dass man auch, dass du dich vielleicht mal mit Feng Shui beschäftigst, ja. Mal schaust, was bedeutet das Zeug, was auf meinem Schrank ist, was in meinem Keller ist, was ich unter meinem Bett stopfe, ja. Warum halte ich an alten Gegenständen fest, an alten Dingen fest, ja. Und das ist eben so dieser emotionale Befreiungsprozess, den ich hier sehe, der dir einfach in dieser zweiten Monatshälfte zugänglich ist. Und es geht dir einfach auch auf das Jahresende zu, ja. Von dem her hast du jetzt in der zweiten Monatshälfte im November natürlich auch noch eine Menge Zeit, um wirklich die Energie zu klären, ja. Dein Haus aufzuräumen, deine Schränke auszusortieren, den Keller auszumisten, ja. Und zu schauen, dass deine Dinge in Ordnung sind, ja. Und manchmal sind das auch Dinge, ja, an denen, an die man vielleicht gar nicht denkt, die auch sehr neuzeitig sind. Ich habe zum Beispiel vor kurzem angefangen, meine, man meldet sich ja immer, also wenn man im Internet bestellt, dann hat man ja irgendwie zu allen möglichen Shops da irgendwelche Zugänge und da sammeln sich in 20 Jahren natürlich auch ganz schön viel an, ja. Und sowas mal aufzuräumen, ist auch eine zeitraubende Beschäftigung, aber im Endeffekt bringt das auch wieder Ordnung ins Leben, ja. Da geht dieses Verlotterte raus und von dem her, jedes Leben ist anders, jeder Mensch ist anders. Und es ist eben die Frage, wo ist deine energetische Unordnung und wie bringst du das in Ordnung, ja. Von dem her eine sehr positive Transformation hier für dich, die allerdings mit Arbeit verbunden ist, aber es ist trotzdem ein guter Rückenwind für dich in dieser zweiten Monatshälfte. Ja, liebe Waage, soweit deine Karten. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar, darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe. Und hier siehst du noch ein Beispiel für eine Jahreslegung, die über zwölf Monate geht, die ich nur persönlich aufnehme als Video zum Download für das neue Jahr. Und diese Legung, die geht immer von Januar bis Dezember und zeigt eben in verschiedenen Bereichen an, was wirklich wichtig ist zu sehen. Und falls dich das interessiert, falls du Interesse hast, so ein Video für das kommende Jahr zum Download zu bekommen, findest du alle Infos dazu auf meiner Website www.sonne-sand-meer-taro.de und den Link dazu findest du ebenfalls unter dem Video. Alles Liebe. Alles Liebe. Alles Liebe. Alles Liebe. Alles Liebe. Alles Liebe. Vielen Dank.